Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wer bist du? Lisa! Hilf mir, Lisa! Der Mann, der hier vor euch gelebt hat, der hieß Edgar Mullins. Er hat all die Mädchen ermordet, solange er hier gewohnt hat. Das habe ich in der Garage gefunden, so kamen wir zwei in Kontakt. Hallo? Das ist mein Haus, Lisa! Er hält uns in diesem Haus gefangen. Er will, dass wir in einer Art Schlafzustand dahin vegetieren. Wir können diesen Mistkerl zum Teufel schicken. Aber wir müssen es zusammentun. Es ist mir immer wieder ein Genuss, dich zu töten. Wir müssen noch einmal nachdenken. Wir müssen noch einmal nachdenken. Vielen Dank.